herzlich willkommen zu einer neuen folge des podcast bevor wir ins heutige thema einsteigen ganz ganz wichtige info für dich ich veranstalte jetzt am kommenden freitag den 11 oktober ein kostenlosen workshop für dich online über zoom du kannst dich einfach zuschalten wenn nicht live dabei sein kannst dann auch natürlich gerne die aufzeichnung einfach sehen aber melde ich bitte auf jeden fall dann auch dafür an denn die aufzeichnung gibt es nur für angemeldete workshop teilnehmer und wir starten um 19 uhr das ganze wird so knappe anderthalb stunden ungefähr dauern zumindest habe ich mir das mal so vorgenommen es fällt mir bei workshops immer eher schwer mich kurz zu fassen zweieinhalb drei stunden sind ja da eine meiner leichtesten übungen deswegen wird es auf jeden fall eine herausforderung für mich ich will dir die ganzen inhalte zu dem workshop wirklich on point knapp und komprimiert übermitteln und dann vor allem wirst du auch eine kleine umsetzungsphase haben und der titel des workshops denn du wirst jetzt sicher die frage stellen um was geht es denn überhaupt es ist ohne deine ziele ja habe deine ziele im griff beherrsche deine ziele und eier nicht mehr rum auf gut deutsch und ich werde dir wirklich zusammengefasst ein mein wissen zum thema ziele erreichen mit auf den weg geben und ich werde dir konkrete aufgaben geben damit du in die umsetzung gehen kannst und im letzten quartal 2024 bis zum jahresende jetzt wirklich noch was umsetzen kannst und ich habe lange überlegt welches thema wird es aber das ist definitiv das thema glaube ich womit momentan die meisten strugglen dass man denkt hey das jahr geht es irgendwie zu ende ich habe meine ziele noch nicht erreicht ich will eigentlich gerne was 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 reißen ja und es passt auch ein klitzekleines bisschen zum heutigen podcast thema das thema ist nämlich welche tools soll ich denn eigentlich irgendwie jetzt machen wenn es da draußen so viele gibt im bereich persönlichkeitsentwicklung und es gibt ja auch ganz viele gratis workshops und es gibt ganz viele gratis pdfs und was auch immer und ich kann ihnen immer sagen nimm bitte dass das für dich funktioniert also konsumiere von den coaches und trainern und beratern die du magst und denen gerne zuhörst und deren meinung geschätzt und von denen du was hältst oder geh zu den mentoren ja die dich wirklich weiterbringen und hör da auch super super gerne auf dein bauchgefühl das heißt wenn dieser workshop dich gerade überhaupt nicht anspricht nur sagst also jetzt irgendwie ziele erreichen bis jahresende habe ich gerade gar keine luft für habe ich auch gar keinen bock drauf dann nimm bitte nicht teil dann brauchst du dich auch nicht anmelden wenn du aber dieses bauch kribbeln so ein bisschen spürst und ich glaube wir kennen das alle wenn wir wirklich merken so okay das ist der right path also das ist irgendwie der richtige weg für mich es fühlt sich stimmig an das haben wir manchmal bei orten das haben wir manchmal bei kaufentscheidungen das haben wir manchmal bei menschen das haben wir wenn wir kleidung kaufen das haben wir wenn wir in der buchhandlung sind und uns lachten buch an du kennst es bestimmt auch und wenn du dieses kribbeln im bauch hast dann melde dich auf jeden fall an du findest den link zur anmeldung für den kostenlosen online workshop am 11 oktober 19 uhr jetzt in den show notes und wir starten jetzt mal mit dem thema welches tool oder welche tools soll ich jetzt eigentlich nehmen oder machen für meine ganz konkrete situation und wieso ich mich für dieses thema entschieden habe ist dass ich bei kundinnen immer wieder mitbekommen habe dass sie so viele tools an der hand haben und so viele dinge kennen dass sie völlig überfordert sind am ende des tages überhaupt nicht wissen was jetzt eigentlich sache ist und on top war das auch ziemlich genau eine frage die ich bei instagram gestellt bekommen habe also es gibt ja meditation eft journaling yoga breathwork normalen sport walking und so weiter und so fort es gibt bestimmte coaching programme du kannst alles mögliche machen und genau da liegt auch sehr sehr oft die crux und bevor ich gleich sage welches tool du machen sollst vielleicht sage ich dir das auch gar nicht aber bevor wir über das thema sprechen möchte ich dass wir einmal klar machst was ist das eigentlich für ein krasses luxus problem was du hast dass du dir gedanken darüber machen kannst welches der unzähligen tools für persönlichkeitsentwicklung du benutzen kannst um auf gut deutsch mit deinem leben klar zu kommen denn es gibt ganz viele menschen auf dieser erde die haben kein fließendes wasser die haben keinen strom die leben nicht so ein privilegiertes leben wie du die haben vielleicht keinen job die haben kein sicheres zuhause dem kein dach überm kopf die haben kein internet zugang und du bist gerade in der situation dass du dir irgendwie online wahrscheinlich über wlan oder mobile daten diesen podcast anhörst dass du sehr wahrscheinlich ausreichend sicher irgendwo lebst und ausreichend sicheren job hast dass du dich wenn wir uns die bedürfnisse galer angucken mit einem absoluten top thema nämlich der selbstverwirklichung beschäftigen darfst und das dürfen uns glaube ich auch immer mal klar machen weil wir sind dann manchmal so in unserem oh mein gott ich weiß nicht welches tool ich benutzen soll problem und machen da voll das ding draus ohne überhaupt mal zu verstehen dass es gar keine sache ist aus der man überhaupt ding machen muss und trotz allem bist du ja nun in dieser komfortablen situation in diesem luxus problem und merkst jetzt vielleicht im alltag dass du immer mal innere unruhe hast oder du bist überfordert oder du fühlst dich ängstlich oder du bist einfach schlecht drauf oder du hast andere emotionen wie trauer wie wut wie neid was auch immer du da so fühlst wir haben eine bandbreite von emotionen kannst du übrigens auch super super gerne mal üben einfach mal aufzuschreiben welche emotionen kennst du so und es war ganz spannend ich habe diese übung tatsächlich auch gemacht auf dem seminar in dem ich anfang september war und man schreibt dann so ein paar emotionen auf und dann irgendwie plötzlich als wir dann auch verglichen haben beziehungsweise am screen oben man riesigen screen von der bühne wurde dann auch noch ein bisschen was angezeigt dachte ich ja stimmt dass die emotionen gibt es ja auch noch ach krass die auch noch also wir haben eine bandbreite wirklich an ja emotionen und je nachdem was du an tools benutzen möchtest liegt es ja immer daran weil du gerade irgendeine emotion fühlst die du vielleicht nicht so cool findest also vielleicht fühlst du dich gerade gestresst und möchtest sich ja nicht mehr gestresst fühlen vielleicht fühlst du dich gerade ängstlich und wird sich nicht mehr so fühlen vielleicht fühlst du dich gerade überfordert vielleicht fühlst du dich gerade unterfordert vielleicht fühlst du dich gerade innerlich unruhig also ganz egal wieso du dich überhaupt auf die suche nach einem tool macht es liegt ja immer daran dass du sehr wahrscheinlich mit der emotionen die gerade vorherrscht irgendwie nicht klar kommst und wenn du jetzt sagst ja nee also ist nicht meine emotionen das ist ja dass irgendwie die situation im außen was ist mit der ich nicht klar komme dann kann ich dir sagen herzlich willkommen im on your life podcast hier schreiben wir 100 prozent selbstverantwortung riesengroß und deswegen kannst du deinen fokus von dem was im außen nicht klappt direkt mal wieder ins innen holen weil natürlich klappt total viel im außen ganz oft nicht also wir können ja total wenig kontrollieren wir können nicht kontrollieren wie der verkehr ist wir können nicht kontrollieren wie das wetter ist wir können nicht kontrollieren was menschen zu uns sagen wie menschen uns behandeln alles mögliche können wir einfach nicht kontrollieren und gerade für diese situation in denen du etwas nicht kontrollieren kannst im außen und es mit dir im inneren was macht genau dafür brauchst du die tools und deswegen wenn du also irgendwie merkst du bist mit irgendwas unzufrieden du hast vielleicht unerfüllte erwartungen was auch immer du fühlst dich unsicher oder 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 dann möchtest du vielleicht ein tool dafür haben und jetzt ist es ganz ganz wichtig dass du auf dich hörst und dass du für dich einen konkreten fahrplan etablierst ich kann dir gerne wahrscheinlich an die 40 50 tools theoretisch oder bestimmte fragen also einige sind dann ja ähnliche tool arten also journaling ja da kann ich dir zig übungen mit an die an die hand geben hätte ich wahrscheinlich aus dem ärmel kann ich hier 30 rausschütteln und bei anderen sachen also eft zum beispiel emotional freedom technik das so eine klopftechnik na so vielleicht auch schon mal ein podcast gehört die wird zum beispiel auch bei traumapatienten also die posttraumatische belastungsstörung zum beispiel haben wird das erfolgreich angewandt und das ding ist ganz egal was ich dir jetzt an die hand gebe ganz egal was ich dir jetzt sage und sagt es gibt dieses gibt das es gibt jenes ist alles schön und gut aber du musst ja herausfinden was für dich ganz konkret funktioniert und jedes gefühl jede emotion braucht vielleicht auch ein anderes tool und wenn wir uns irgendwie nicht gut fühlen oder wenn wir merken zu jetzt mir wird irgendwas zu viel und so weiter dann sind wir sehr sehr oft in diesem freeze flight oder fight modus kennst du sicherlich auch man sagt auch noch es gibt noch so ein form modus das ist so dass wir allen gefallen wollen dass wir plötzlich ganz viele angebote immer machen und das eben recht machen wollen und everybody starling sein wollen und so weiter und ansonsten freeze das ganz klar man fühlt sich ein bisschen handlungsunfähig und so weiter ja dann fliehen vielleicht ist dann wirklich man will eigentlich irgendwie weg rennen und fight ist zum beispiel kämpfen ja das sind dann oft leute die sehr laut werden oder wenn kinder zum beispiel in diese modi gehen dann dann hauen die halt oder beißen oder sowas und das hat einfach was damit zu tun dass ihr nervensystem total überreizt ist und sie sich halt nicht anders zu helfen wissen es also ein bewältigungsmechanismus und genau so neigen wir menschen also wir erwachsenen vor allem auch zu bestimmten sachen die wir einfach immer wieder daneben machen und vielleicht weißt du auch schon so ein bisschen was dein modus operandi sozusagen ist den total verwendest da gehst du eher in diesen freeze modus gehst du eher in den flucht modus oder eher in den kampf modus und je nachdem in welchem dieser modi du dich befindest brauchst du vielleicht auch ein anderes tool und deswegen darfst du immer mal wieder rein fühlen wenn diese situation kommt teste ein tool guck hilft mir das tool ja vielleicht nein wenn es mir nicht hilft tester ein anderes wenn es dir geholfen hat super macht dir eine notiz zum beispiel wütend fragezeichen und dann welches tool auch immer du benutzt hast ja vielleicht hast du auch einfach nur spotify angemacht und hast dir keine ahnung ein richtig geilen song rausgesucht darauf getanzt und mir zum beispiel hilft es wenn ich in diesem flight modus drin bin also wenn ich in dem flucht modus drin bin dann möchte ich mich bewegen dann könnte ich mich jetzt nicht auf meinen hosenboden setzen und meditation starten komme ich überhaupt nicht runter und wenn du jetzt das auch kennst dass du zum beispiel probleme hast zu meditieren und ruhig sitzen zu bleiben dann bist du vielleicht eher in diesem flight oder fight modus ja also dann willst du entweder kämpfen da willst du auch irgendwie action und so und deswegen spür da wirklich rein was braucht das jetzt vielleicht gerade teste dann diese tools und mach dir wirklich wie so eine art blogbuch hey ich habe heute weiß ich nicht war ich super wütend auf meinen chef weil er mich wieder unterbrochen hat und weil er generell überhaupt ein blödmann ist und was auch immer und dann habe ich mich hingesetzt zu meditieren und ehrlich gesagt wollte ich eigentlich nur weg rennen und konnte mich zehn minuten überhaupt nicht auf meinen atem fokussieren dann hast du schon mal herzlichen glück und ein tool gefunden was nicht funktioniert wenn du gerade wütend und aufgebracht bist und das ist eine gute erkenntnis weil dann kannst du das in zukunft ja sparen und übst einfach was anderes ja vielleicht hilft sie dann kurz um die vier ecken zu gehen schattenboxen zu machen in rock song aufzulegen und irgendwie luftgitarre dazu zu spielen einfach nur kurz auf der stelle zu hüpfen es kann alles sein und vielleicht erfindest du ja auch irgendein tool was sonst noch kein anderer mensch auf der welt benutzt und nutzt es einfach für dich weil es für dich funktioniert und generell wenn du in diese jahr situation reinkommt in den du gerne ein tool anwenden würdest dann darfst du immer wieder rein fühlen was brauche ich gerade und was ist gerade auch gut umsetzbar für mich ja also kannst halt vielleicht nicht immer um die vier ecken joggen wenn du weißt da ist irgendwie was in ein paar minuten und du hast ein meeting und mir wie willst du das machen deswegen du darfst dir eine kleine tool box aufbauen und mit meinem journal kurz zum beispiel on your mind die hat das ist ja eine mega tool box für alles was das journaling betrifft und ansonsten auch selbst dieser podcast hier kann ein tool für dich zum beispiel sein wenn du merkst okay ich beruhige mich eigentlich immer wenn ich eine folge höre auch irgendein anderer podcast muss jetzt nicht meiner sein aber vielleicht beruhigt ich das und ich zum beispiel ich liebe ja den kaulitz hils podcast von tom und bill kaulitz und das ist so eine gute laune garant für mich also wenn ich irgendwie auch weiß ich muss jetzt irgendwie was machen was mich ja wie soll ich sagen abnäher worauf ich keinen bock habe was mir schlechte laune macht bad putzen zum beispiel dann höre ich diesen podcast einfach dabei und weiß dass ich safe mindestens wahrscheinlich an fünf bis zehn stellen während der podcast folge einfach herzhaft lachen muss und das ist ja eigentlich eine mega mega coole erkenntnis wenn man solche sachen weiß und hat und ich zum beispiel hätte mir dann diese podcast folge auch ganz gerne immer für solche unliebsamen sachen auf also ich höre die nicht einfach so random bin ich gerade total gute laune habe nein ich mache das lieber dann in situationen in denen ich merke ich brauche so einen kleinen uplift meiner laune und genau das war es eigentlich auch schon wieder zu diesem thema also bitte finde deinen individuellen weg ich persönlich merke übrigens dass meine stimme heute gar nicht so rosig ist ich weiß gar nicht ob es auch so hört aber ich bin ein bisschen angeschlagen ich nicht richtig gesundheitlich sondern einfach stimmlich ich irgendwie so viel spreche in letzten tagen auch mit meiner tochter und ja generell viel gequatscht und deswegen schone ich jetzt mein stümmchen sozusagen wieder und ich bin gespannt wenn du für dich sagst boah ich habe schon so zwei drei tools an der hand die mir mega helfen ja wenn ich zum beispiel so bin dann mache ich immer das und wenn ich das gerade erlebe dann hilft mir das immer schreibt mir das doch mega mega gerne mal bei instagram dann würde ich das also einfach in der direct message queen punkt auf punkt routine da findest du mich bei instagram schreibt mir eine dm und dann können wir nämlich so ein bisschen sammeln und ich kann vielleicht auch dein ergebnis teilen denn manchmal sind die sachen auch so simpel und wir kommen gar nicht drauf ja und dann ist es für mich auch so dass ich irgendwie meine zeit hatte und dann sagt irgendwann eine freundin ja macht doch einfach mal eine breathwork session also so eine atemübung und ich so stimmt habe ich vor lange nicht gemacht probiere ich jetzt mal und hat mir total gut geholfen in der situation das heißt auch da sharing is caring ja deine idee bringt vielleicht jemand anderem was jemand anderes bringt dir vielleicht wieder eine coole idee und deswegen wenn du deine toolbox noch nicht so gut bestückt hast ja dann darfst du auf jeden fall noch ein bisschen weiter auf die suche gehen du darfst dir gerne so dinge kaufen wie den on your mind kurs und da knapp 18 journaling tools auch noch mal in die hand zu bekommen macht dir wirklich deinen tool koffer richtig richtig voll weil es ist deine verantwortung deine emotionen zu regulieren es ist nicht die verantwortung von deinen kindern von deinem partner von deinem chef von deinen kollegen von sonst wem von irgendwelchen freundinnen das kann unterstützend wirken aber allem voran ist es wichtig dass du es alleine schaffst dich zu regulieren dein nervensystem zu regulieren in einem guten state zu sein gut vibes auszusenden und so weiter und es ist von niemandem sonst auf dieser erde die verantwortung und deswegen ist es auch so wichtig dass du dich wirklich proaktiv darum kümmerst dass du dir eben tools ja in dein ich nenne es noch mal so in deinen methoden koffer oder in ein tool koffer quasi packt das ist so ein wenig wie stell dir vor du bist batman und du setzt dich ins badmobil und im badmobil gibt es ja auch alle möglichen waffen oder du bist james bond in seinem bond mobil und james bond hatte zum beispiel mal in einem ich glaube es war casino royal da wird er glaube ich ich hoffe ihr habt den jetzt alle gesehen und ich spoiler nicht ich glaube er stirbt quasi und belebt sich dann irgendwie selbst wieder oder wird wiederbelebt mit so einem defibrillator der in seinem auto drin ist also du bist quasi deine eigene superheldin oder ein eigener superheld und du bist dafür da dass du dein eigenes bond auto oder badmobil oder wie auch immer das nennen möchtest baust und einfach alles da an der hand hast ja was dich weiterbringt was die hilft im alltag dich zu regulieren gute laune zu haben entspannt zu sein spaß zu haben und 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 beim entdecken dieser toolbox wünsche ich dir ganz ganz viel spaß in diesem sinne wünsche ich dir eine starke und erfolgreiche woche für mich beginnt jetzt in dieser woche die vorbereitung für den workshop am 11 oktober um 19 uhr alles fertig gestellt ist richtig richtig guter workshop und es kostet dich gar nichts außer deine e mail adresse die du natürlich bei der anlegung hinterlegt und wenn du zeitlich ja erwähnt bist dann freue ich mich wenn wir uns am freitag sehen um 19 uhr über zoom da findet der call statt und ansonsten kannst du natürlich jederzeit die aufzeichnung sehen die versenden werden innerhalb von 24 stunden und ja habe eine schöne woche bis dahin und live deine steff ja 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 Vielen Dank.